Ich lade euch ein, zu unserem Weihnachtsseminar zu kommen. Das ist in Dortmund. Wir werden den Seminarort ganz genau bekannt geben und zwar am 27. November und geht von 10 Uhr bis 17 Uhr und ihr seid da genau richtig, wenn ihr wissen wollt, wie komme ich schlank über die Weihnachtszeit bzw. wie ruiniere ich meine Abnehmenvorhaben nicht während dieser Zeit. Es gibt da ganz viele Tipps von mir, es gibt Rezepte von mir, einseht ihr jetzt zum Beispiel auch gerade online auf YouTube. Könnt ihr mal anklicken. Ich verlinke das hier und dann hoffe ich, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.